Guten Morgen und willkommen zu einem anderen Teil von Metalldetektung in Bavaria. Guten Morgen Nicole, ich werde nicht vergessen, dich natürlich heute zu erzählen. Liebe dich, miss dich und sehen dich am Dienstag. Ich bin in Schottland und werde ein guter Freund von mir bekommen, aber er will nicht heute filmen, so ich will das, wie immer. Und wir gehen auf zu einem Farm. Supposendlich ist es zu einem Battlefield von 1645 oder so, aber wir sehen. Sie haben bereits ein Silberhammert und ein paar andere Sachen, und wir müssen einfach mal sehen, was wir finden. Vielleicht ein Freund, eine gute Freundin meiner Freundin, wird später in der Nacht kommen. Es ist noch früh früh hier in Schottland und es wird ein schönes Tag. Es sieht, dass wir ein Blühe im Hintergrund haben. Ein bisschen kloé jetzt, aber für Schottland ist es so schön. So, hier geht's, das geht jetzt in der Harbour. So, sehr schön. Ja, wie gesagt, heute Nachmittag kommt dann vielleicht noch ein anderer guter Freund von mir. Und mein Freund, der mich jetzt abholt, möchte diesmal nicht gefilmt werden. Aber das ist auch in Ordnung, das respektieren wir natürlich auch. Ich bin ja froh, dass sie mich zum Sonntag nehmen. Und wir werden auf einem Bauernhof fahren, oder auf einer Farm, wie man hier so sagt, auf Feldern. Und da soll wohl 1645 oder so was in einem nähen Schlachtfeld gewesen sein. Mal schauen, was vielleicht kommt. Und dann sehen wir uns auf der Genehmigung. Also, bis dahin, ciao, ciao. So, we see you at your permission. Until then, take good care. Bye-bye. So, it looks like I'm not going to get finished today with this permission. It looks like about, I don't know, 20 hectare. Something like that, this permission. So, but we are going to try and find something. So, there you go. Das ist jetzt die Genehmigung. Ich glaube, ich werde nicht ganz alleine heute fertig hier mit 20 Hektar ungefähr. Aber es sieht schon mal geil aus, ne? Okay. So, see you on the first find. Bis zum ersten Fund. Ciao, ciao, goodbye. So, let's do the first dig, live dig. Coming after it's 17, 12, jumping. Most likely iron, 33. So, this is going to be most likely trash. Also, das wird wahrscheinlich hier Müll sein. Und ich hab ne neue Batterie drin. I got a new battery in. Thanks to my friend. So, let's take a look. So, let's take a look. Yeah, big piece of iron. Also, das sind jetzt ein sehr großes Stück Eisen. Okay, that's for Bulldog or something like that, tractor. So, auf zur nächsten, auf zur nächsten. Und das ist dann halt schönes dekoriertes Teil von wahrscheinlich einem Teelöffel oder Zuckerlöffel oder Zuckerlöffel. So, there you go. Very nice. Okay, auf zur nächsten, auf zur nächsten. And a big hook. Most likely also from the trailer. So, this is pretty heavy. And i hope the owner, Craig doesn't mind, but i am going to leave it with the other piece on his drum. I cant take it to Germany, anyway. So, an anche spends it at the side, and he can see it. So, there you go. Es sieht aus wie das Backpiece of a Cartridge, a Piranha Cap, aber der Rest ist missing. Es sieht aus wie ein Teil von der Schrotpatrone hinten, wo das Zinnplättchen dran war und der Rest ist alles weg. Auf zum nächsten Mal. Einfach herrlich hier. So schön, ich sag dir. Die Rollenhäuser und so weiter. Ich habe wirklich nichts gefunden, aber es gibt kaum Träume, was sehr schön ist. Also hier gibt es auch so gut wie gar keinen Müll, was natürlich dann auch super ist. Also wirklich schön. A little bit of farming trash, obviously iron, you know, but otherwise beautiful. Also sowas herrliches. And the weather blues the sky in the background. Ein bisschen blauer Himmel noch im Hintergrund. Und fantastic. Okay, let's carry on. Also, auf geht's. Now that's what I call a horseshoe. Also, das nehmen wir mal der Hufeisen, wa? Cool, okay. Auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal. So, was we got here. Looks like a pendant. Could have been a brooch. Could have been a brooch. I just went a... Mal... Eine andere Stecknadel mit diesen sein. Very nice. Or a fibula. Well. Cleaned up a little bit. It's got a flower on it or something like that. Okay, let's carry on. Off to the next. Also, off to this. And a piece of a small spoon. Dann haben wir noch ein Teil von ganz kleinen Löffel. Wahrscheinlich Zucker oder sowas. Aber nach der Afterlands auch zum nächsten Mal. What do we have here? Mal schauen, was wir jetzt hier haben. Sieht aus wie ein Ring. Oh ja. It is a Ring. Das ist sogar ein Ring. Very nice. Cool. Stones have fallen out since, but... Never mind. Still nice. Cool. Okay. Off to the next. I hope the wind isn't too bad. Okay. Let's carry on. Off to the next. Off to this. Well, it looks like the farmer loves his hunting. Because I found already plenty of these on the other field. We left behind. And it's carrying on with shotgun. Primer caps. So there you go. Na, scheinbar tut der Bauer hier sehr gerne jagen. Denn... Also jede Menge schon von denen hier gefunden. Tasche ist schon der. Ja. Gemacht von einmal. Jetzt haben wir Feld gewechselt und... Ja. Wieder welche. Okay. Let's see if we can find some more good stuff. Schauen wir mal, ob wir noch mehr... Gutes Zeug finden können. Ja. Ist richtig schön. Also man sieht so richtig. I hope the wind isn't too bad. So... Nice. You can see really nice the area going across. Because we were actually cross right in the back in that field. And we've now moved... Had something to eat and moved into the next field. So beautiful. So very nice. Okay. Off to next. Off to this. Not quite sure what this is. Da bin ich mir nicht sicher, was das ist, aber es ist vielleicht ein Teil von der Böcke, oder Trash. So, ich gehe jetzt nach der Woodline. So far, es ist sehr, sehr quiet. Nothing special. Well, you've seen the broach so far and the rings, so that was good, but no coin. Very surprised, normally up here in Scotland you always find these turners, but not today, but never mind, so there you go. Ja, wie gesagt, normalerweise findet man hier solche Münzen, die turners heißen, aber bisher noch gar nichts. Also, let's carry on off to the next automation. First coin. das ist aus mit der Airstammenser. Und Umm, kommen nach an der next I kann. There might be a Thistle on there. So it could be a Turner I suppose but not sure. Na gut. Ah, der 그대ine er gibt das Turner signed. Ah, da kam ein schlechter Kett. Auf zum nächsten Mal, auf zum nächsten Mal. Es sieht aus wie ein Thimbo oder wie ein walking cane. Es sieht aus wie ein Fingerhut. Ich glaube es ist ein Thimbo. Auf zum nächsten Mal, auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal, auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal, auf zum nächsten Mal. Und ein Musketball. Mit einem Musketball. Okay, auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal, auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal. Es sieht aus wie eine andere Kette. Aber es hat etwas drin. Sehr schön. So. So. Jetzt weiß. Da ist noch etwas drauf graviert. Sehr schön. Cool. Auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal. Sehr schön. Auf zum nächsten Mal. Und eine ganz kleine Schienalle. Okay, auf zum nächsten Mal. 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 Was haben wir hier? Looks like a coin. Yes, it is. A coin. Einer Münze. Looks like a 1pens. Or 2pens. Britannia. Einer Münze. Looks like a 1pens. Britannia. So kann man schlicht lesen. Is it a Lizzy? No, its George the 2nd! George III So, George III Okay, cool, different Georg der Dritte I have to take a look what date that was Let's just see what the date was Let's see what the date was 18.06 Cool 18.06 Off to the next Off to the next outsourced and a tiny button and用 Bulletin and a small button VERY FEW ld Noted by the next off to the next ELECATION Yea! Und der nächste Knopf. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Und der nächste Knopf. Auf zum nächsten. Mit der Einst official. Die cognose ist fest. Auf zu dieser nächsten Knopf. So. Ich bin nicht sicher, was das ist, aber es hat eine chain auf. Das kann ich noch nicht sagen. Okay, auf den Knick, auf den Knick. Vielen Dank.